Ihr steht im Dunkeln auf einer verlassenen Straße vor einem ziemlich morsch aussehenden Stadttor. Die Königin hat euch geschickt. Ihr erinnert euch weder an ihr Gesicht noch an die Krone auf ihrem Kopf. Doch an ihre Stimme erinnert ihr euch ganz genau. Heute Nacht steht der Blutmund über Hellebir, erreicht die Kathedrale ehe der Morgen graut und tötet wen oder was ihr dort findet. Möge das Blut euch leiten, ihr guten Jäger. Wenn ihr zurückblickt, könnt ihr euch erschließen, dass ihr wohl gerade aus einer glänzenden schwarzen Kutsche mit zwei fahlen Schimmeln davor gestiegen seid. Die Sonne ist gerade so am Untergehen. Ihr tragt Waffen? Die Namen der Anderen wollen euch gerade nicht einfallen, aber irgendwie ist da ein Gefühl der Verbundenheit, das tiefer geht als Freundschaft und doch etwas völlig anderes ist. Gut, dann stellt euch einander mal vor. Also euch gegenseitig und beschreibt dabei eurem Gegenüber auch, was es sieht, wenn es euch anschaut. Ich spucke einmal in meiner Hand, bevor ich zu jedem meiner Kameraden gehe, drücke die Hand einmal jedem fest auf die Schulter. Ha! Magnus! Magnus Sinclair! Aber meine Freundin nennt mich Magnus. Wir kennen uns ja schon, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Scheiße! Mein Kopf! Und während dieser doch hünenhafte und etwas unangenehm riechende Mann auf euch zutritt, seht ihr auch ein großes Schwert, einen ledernen Hut und darunter die klassische Kleidung, die die Jäger hier so tragen. Die Bruderschaft, der wir angehören. Ihr seht eine, ja, Schusswaffe an seiner Seite und teilweise weißes, teilweise schwarzes Gewand, über das verschiedene Lederapplikationen gelegt sind. Ein Gürtel und eine Tasche. Bordrick schüttelt deine Hand ohne größeres Zögern und du merkst dann, dass er tatsächlich ein paar Lederhandschuhe trägt. Er hat auch dazu dann den passenden Kutschermantel über einem Gewand, das einstmals sicherlich sehr, sehr fein war, auch vom Stoff her, auch sehr bunt von der Farbigkeit, aber mittlerweile an vielen Stellen geflickt und zerschlissen ist und auch mit, scheinbar mit dem, was gerade herum lag, repariert wurde, wenn irgendwie ein Loch drin war. Angenehm. Ich bin nicht sicher, ob wir uns kennen. Wir sollten es allerdings schnellstmöglich hinter uns bringen. Wir haben noch viel zu tun, fürchte ich. Endlich sieht die Ausrüstung von Harry aus. Jedoch nicht aus Stoff, sondern aus Metallplatten, die nur mit Seilen zusammengebunden werden. Der kahle Schädel mit Hautbildern geschmückt und einer schweren Klinge am Beil über der Schulter steht er dort. Wenig interessiert. Ihr seid meine, ich weiß es nicht, Brüder? Dann guckt er Richtung des Letzten. Rensus lächelt euch mit gelben Zähnen zu. Er hat sich wohl schon vor langer Zeit gegen Hemden entschieden, sodass sein prächtiges Brusthaar und sein Schnurrbart hervorsticht. Ein penetranter Moschusduft, der euch in die Nase steigt, während ihr neben diesem Mann steht. Er hat sein spärliches Haar, was er noch auf dem Kopf trägt, zu einem Zopf zusammengebunden und nickt einmal. Die Namen sind irrelevant. Außer meiner. Ich bin Zensus Bombastix. Was wir auch immer hier wollen. Nein, ich weiß, was wir hier wollen. Das Blutmond. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Die Kathedrale. Die Königin. Ey, dieser ganze Scheiß. Oh Mann. Richtig. Die Königin. Sie hat eine Aufgabe für uns. Wir sind hier, um sie zu erfüllen. Dann bringen wir sie hinter uns. Ja, so geht ihr auf das Stadttor zu. Einen wirklichen Schutz bietet es nicht. Also ein heftiger Stoß mit der Schulter lässt es knarrend aufschwingen. Und ihr tretet auf einen kleinen Platz, der weitgehend leer ist. Abgesehen von den Resten eines Feuers, das da wohl vor kurzem mitgebrannt hat. Und jetzt noch auf den Pflastersteinen gewinnt. Das ist allerdings nicht, was eure Aufmerksamkeit am meisten auf sich zieht. Ähm, viel beunruhigender ist die Blutspur, die in einer der zahlreichen engen Gassen zwischen den dunklen Gebäuden führt. Eine Kathedrale seht ihr nicht. Wir kennen die Stadt auch nicht, oder? Nein, ihr... Wenn ihr schon mal hier gewesen sein solltet, dann erinnert ihr euch daran ebenso wenig wie an... ...so viele andere Dinge. Ach, Scheiße. Das Blut. Ist nicht gut. Es hat schon angefangen. Ganz niemand mehr auf der Straße. Das ist gut. Suchen wir einen Ortskundigen. Ich nehme mich ab und ziehe einer Hand durch das Blut auf dem Boden. Sieht es normal aus? Ist damit irgendwas seltsam, oder sieht es einfach aus, als hätte hier ein Mensch angefangen zu glücken? Es wirkt, äh, relativ normal. Also, es ist schon etwas angetrocknet und, ähm, schon eher bräunlich als kräftig rot, aber... ...ja. Sieht menschlich aus. Baldrick blickt über seine Schulter zu seinen Kameraden zurück. Auch immer, die es hinterlassen hat, ist vermutlich bereits tot, aber... ...vielleicht lässt sich etwas darüber herausfinden, was ihn umgebracht hat. Ich tipp auf spontane Messerstecherei. Ich dachte, er lässt sich herausfinden, wenn wir seine Leiche finden. Nun, vermutlich, wenn wir der Blutspur folgen. Hm? Ich zieh manchmal meine Finger, wie es auch Baldrick getan hat, über die Blut... ...und, äh, lecke... ...lecke das Blut und schmecke... ...aber hm... ...wirkt nicht nach Nasenbluten. Aus einer Wunde gekommen. Baldrick zieht eine Grimasse... ...dreht sich da noch zueinander rum. Nun... ...geht ihr doch hervor, hm? Gut, wer geht vor? Ja, ich natürlich. Verstehe, du hast ihn angesprochen. Gut, ähm, dann taucht ihr in die dunkle Gasse ein, denn sie ist so gut wie jeder andere. Und... Ich würde gerne meine Lampe anschalten, die wir hier haben. Ich glaube, du musst sie anzünden. Ich glaube auch, du musst sie anzünden. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie eine magische Laterne. Aber, gut. Die Handlaterne. Ich, ich benutze meine Handlaterne, um ein bisschen zu leuchten. Ja, also auf dem Platz, wo ihr zuvor wart, da brannten ein paar Gaslaternen. Deswegen konntet ihr da die Umgebung noch recht gut ausmachen. Aber hier in den Gassen, wenn es denn Laternen gibt, dann sind sie wohl nur sehr vereinzelt. Und so leuchtet, äh, leuchtest du, während ihr der Blutspur treppauf folgt. Denn, äh, die Stadt scheint an einem Hang erbaut zu sein. Und, äh, ja, es ist, es geht relativ steil hinauf. Und ihr habt die Lampe auch wirklich nötig. Denn, obwohl ihr Fenster seht, meist nur weiter oben an den Gebäuden. Denn die unteren Fenster sind entweder die Fensterläden verschlossen oder sogar zugenagelt. Aber ihr seht erstmal nirgendwo Licht. Wenn ich raten müsste, würde ich schätzen, die Kathedrale werden wir am Gipfel dieses Berges, nennen wir es mal, finden. An der höchsten Stelle der Stadt vermutlich. Das klingt sinnvoll. Hm? Die Leute scheinen auch sehr einladend zu sein. Noch haben wir Zeit. Finden wir erst einmal heraus, mit was wir jetzt zu tun haben. Ja, ähm, gesagt, getan. Ihr folgt der Blutspur. Sie ist nicht überall gleich stark. Aber, ähm, auf jeden Fall an der scharfen Kante der steinernen Stufen findet ihr meistens noch ein paar Blutreste. Und, ja, die Menge an Blut, die hier vergossen wurde, bestätigt eure Annahme, dass diese Person wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Und was kommen wir denn vorbei? Also kommen wir an irgendwelchen besonderen Häusern vorbei, wo, ich weiß nicht, ähm, man sich hinter verstecken könnte, wo man eventuell einen Hinterhalt erwarten müsste oder ähnliches? Die Häuser sind alle sehr hoch und schmal. Mhm. Mit spitzen Giebeln und kleinen Verzierungen, kleinen Türmchen. Ähm, aber es zweigt, äh, erstmal keine Gasse ab. Bis ihr, äh, an eine Stelle kommt, die wohl das Ziel eurer Suche ist. Und zwar an ein eisernes Tor, das wohl an einen Hinterhof führt. Und das oben so Spitzen hat, ähm, ja, wie man das wohl in Städten, die Helle hier, und hat, um Einbrecher fernzuhalten. Und auf diesen Spitzen ist ein Mensch aufgespießt. Ihr könntet euch nähern, aber jemand ist schon da. Ja, zwei große, struppig aussehende Hunde recken die Hälse und versuchen wohl an der Leiche zu fressen. Und die Blutspur endet unter dem. Ja, also es ist recht eindeutig die Spur, die ihr verfolgt habt. Reudige Köter. Als du das sagst, hebt ein Hund den Kopf und starte dich an. Ich gletsche die Zähne. Ich, äh, sehe mein Schwert. Ihr solltet deinen hungrigen Hund nicht unterschätzen. Ihr solltet mich nicht unterschätzen. Das Ding besteht auch nur aus Gedärmen. Schneide das in der Mitte auf, dann war es. Du kommst nicht dazu auszusprechen, denn du siehst einen Blitzen in den Augen des Hundes, der deinen Blick hart erwidert und auf dich zuspringt. Ja, alles klar. Gefolgt von dem Zweiten. Gut, äh, dann schauen wir doch mal, wie wir mit der Kampfmechanik von dem Ganzen zurechtkommen. Ähm, also, ähm, du hast gesprochen, du hast die Aufmerksamkeit gezogen. Das heißt, ähm, der erste Hund möchte gerne dich anspringen. Das ist vollkommen in Ordnung. Was möchtest du tun? Äh, ich würde ihm gerne zuvor mit dem Schwert eines mitgeben. Also, ich würde ihn gerne, bevor, sobald er in meine Reichweite kommt, äh, ihn abstechen. Gut, ähm, du möchtest ihn mit, äh, dem Schwert erwischen. Ähm, genau. Dann musst du jetzt noch sagen, mit welcher Aktion du das machst, also mit welchem Action-Rating. Achso, äh, ich mach das, ich würde sagen, mit der ganz normalen Aktion. Also, ich gebe ein Stamina aus in der Baseform und, ähm, ja. Und du hattest das Blade? Genau, ich hatte das Blade. Okay, ähm, das ist nämlich relevant, denn, äh, nach dem... Es sind wie... Genau, es sind keine Untoten, nehme ich an. Doch, es sind Untote. Wie du nämlich feststellen wirst, wenn das viel näher kommt. Aber dazu kommen wir gleich. Denn, äh, wenn du gesagt hast, was du tun möchtest, ähm, dann ist es mein Job, deine Position und, äh, das Effekt. Warte, erst muss er noch sagen, mit welchem, äh, mit welchem Action-Rating, also mit welchem Skill er das macht. Ähm, naja, mit Prowess. Also, das ist, ist... Ja, das ist klar, du musst es trotzdem vorher sagen. Denn es kann ja was anderes sein. Ja, gut, also mit Prowess. Okay. Gut, ähm, ich würde sagen, äh, eure Situation war von Anfang an riskant, denn, naja, ihr seid in einer gruseligen Stadt unterwegs und, äh, versucht rauszufinden, wo die Blutspur hinführt, klingt für mich riskant. Ähm, das ist, äh, die Mittlere von den drei Stufen, also, äh, kontrolliert wäre der harmloseste Fall und verzweifelt wäre der schlimmste Fall. Vielleicht sollte man das nochmal erklären, auch für die, für die Zuschauer an den Geräten zu Hause, wie Position und Effekt funktionieren? Ja, also, äh, von der Position hängt ab, wie schlimm die Konsequenzen sind, äh, die schlimmstenfalls eintreten. Ähm, ja, also, wenn die Position kontrolliert war, dann wird erstmal nichts allzu Schreckliches passieren. Aber bei einer riskanten Position, äh, können da schon üblere Folgen eintreten. Und, ähm, naja, das andere ist eben das Effektlevel, also, ich bestimme ausgehend davon, was die Helden erreichen wollen, wie aussichtsreich das ist, also, ob es einen, äh, einen normalen Effekt, einen, äh, erhöhten Effekt oder einen begrenzten, also einen geringeren Effekt haben wird. Und, äh, und die, äh, Hunter können, ähm, hier immer noch einwirken, und zwar können sie, äh, Effekt gegen Position traden. Ähm, das heißt, wenn du einen, äh, höher erhöhten Effekt haben möchtest, äh, kannst du dich, äh, in eine verzweifelte Position begeben und wirklich schlimme Folgen in Kauf nehmen, um eben den Effekt nochmal zu erhöhen. Auch andersrum? Ja, auch andersrum. Also, okay, das muss natürlich, es muss natürlich Sinn machen. Genau. Ja, das, das Ding ist, nämlich, ich kriege ja plus zwei Effekte, einmal durch meinen Effekt gegen Untote und einmal durch meine Violent Past. Also, Ja, genau. Also, ich hätte dir erstmal einen, äh, einen limitierten Effekt gegeben, denn, naja, es ist ein untoter Hund, ich glaube, das ist schon, äh, ein Grund für einen limitierten Effekt. Mhm. Aber du hast durch die Waffe eben höheren Effekt, äh, gegen Untote, damit kommst du auf Standard-Effekt und, ähm, ja, mit der Violent Past kommst du sogar auf erhöhten Effekt. Gut, alles klar. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Würfelwurf. Außer, Zensus Bombastics möchte davor was machen, denn der agiert ja immer zuerst. Wo ist, äh, ja stimmt, ich agiere immer zuerst. Äh, Frage, ich, äh, kann ich einen Assist, äh, durchbringen und... Ja, wie, äh, du musst ja sagen, wie du im Assist ist und dann schaust du erst, ob du darauf öffnen musst. Genau, also was ihr alle seht ist, die zwei Hunde springen auf euch zu und eben zuerst auf Magnus und, äh, ja, was würdest du denn tun, um ihm gegen die Hunde beizustehen? Äh, äh, ich möchte meinen, äh, Speer ausklappen und der stumpfen Seite dem, äh, Hund auf den Rücken schlagen, mitten im Hunde, äh, sodass er, äh, dass unser guter Magnus, äh, die Möglichkeit hat, sodass er aus der Balance gerät, der Hund, und, äh, im Grunde direkt in das Schwert von, äh, Magnus hineinfällt. Finkt tatsächlich, wenn du Assist, oder? Ja. Also, äh, du schubst ihn gewissermaßen und, ähm, dadurch kann Magnus ihn besser erwischen. Ähm, ich muss jetzt nicht mehr Action Roll. Dafür gibst du, dafür gibst du zwei Stamina aus. Genau, du gibst dafür zwei Stamina aus und Terra kriegt einen zusätzlichen Würfel. Genau, dann würfel ich mit vier Würfeln, wenn ich das richtig sehe, weil ich ja drei Prowess habe. Dann gib ihm. Eins, zwei, drei, vier. Und Roll! Ja, wer Founder noch nie benutzt hat, ihr habt unter dem Chatfenster eine kleine Würfelbox, da könnt ihr die passenden Würfel einfach anklicken, so oft wie ihr sie braucht. Also, die sechs ist mit drin. Moment, wo sehen wir die einzelnen, ah, ich sehe die einzelnen Ergebnisse. Man, man klickt drauf und dann klappt es auf und dann kannst du die einzelnen Würfel sehen. Okay, jetzt, jetzt. Success. It goes as well as intended. So, was hast du noch gleich vor? Ja, ihn komplett aufschneiden. Gut, ähm, der erste Hund springt dich an und, äh, du möchtest ihn aufspießen und deine Klinge... Die Klinge dringt durch den Brustkorb, also an der Unterseite und, naja, bei dieser Gelegenheit stellst du dann fest, dass da unten nicht mehr so furchtbar viel ist, also was du aufschlitzen könntest, äh, da der Hund eben untot ist. Aber deine Klinge gibt dir einen Vorteil gegen Untote. Wie denkst du, äußert sich das? Also, du hast sie jetzt quasi zwischen seinen Rücken. Ich, äh, würde einfach mal sagen, meine Klinge ist aus irgendeinem Metall gefertigt. Silber, natürlich. Wollte ich gerade sagen. Wir kennen's ja alle aus dem, äh, guten Witcher. Und, ähm, entsprechend, äh, schneidet das Ganze natürlich wie ein heißes Messer durch Butter. Also, so könnte ich mir das zumindestens vorstellen. Also, ich teile ihn wirklich in zwei Teile. Und selbst wenn der Hund jetzt immer noch lebt, ist, 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 er ist ein Vierbeiner, er kann in zwei Hälften nicht mehr wirklich irgendwas tun. Ich weiß. Also, ähm, sagen wir so, die Klinge dringt durch den Brustkorb und, ähm, naja, ich denke, es ist irgendwie ein übernatürlicher Effekt. Es gibt ein, äh, leichtes, bläuliches Umgegnügen um die Klinge. Und, ähm, ja, also, du hast ihn damit richtig aufgespießt und, äh, der Hund zuckt noch. Also, die, äh, Pfoten, äh, streifen kraftlos über deinen Ärmel und die scharfen Zähne, die sich eigentlich gerade in deine Kehle bohren wollten, ähm, schnappen wirkungslos vor deinem Gesicht zusammen, bevor das Geschöpf erschlafft und du es in zwei Hälften zerteilt zu Boden schmettern kannst. Modric stolpert erschrocken zurück, bis er mit dem Rücken gegen die nächste Wand prallt. Gut, wir hatten noch einen zweiten Hund. Die Frage ist, wollte der auch auf Magnus? Oder wollte der auf jemanden anderen? Aber er hat sich mit dem Assist den Konsequenzen, äh, Exposed offenbart? Äh, ich hab mich den Konsequenzen offenbart mit dem Assist. Genau, was sind denn die Konsequenzen? Dass mich der andere Hund jetzt noch angreift? Ja, wir haben den anderen Hund noch nicht abgehandelt. Ähm, das heißt, er ist definitiv noch da. Ja, das heißt, äh, der geht entweder, äh, auf Magnus oder auf Zensus. Würde ich sagen, würfeln wir aus, oder? Genau. Äh, da ich mich den, also, da steht zwar, ich hab mich den Konsequenzen exposed. Gab es denn jetzt überhaupt Konsequenzen? Heißt das sich regionale Examina wieder, oder? Ja, durch die, durch die sechs gab's ja keine. Okay. Aber heißt das nur negative Konsequenzen? Weil, also, ich meine, es ist... Ja, Konsequenzen sind immer negative Dinge in einem Fortschritt in der Dark-System. Aber funktioniert die Mechanik in dieser Leseart denn überhaupt? Definiere. Ne, stimmt, sonst könnte das passieren. Ja, naja, wenn wir das weiterdenken, dann würdest du dich durch Erfolge eigentlich in eine immer schlimmere Position bringen, weil du kein Stamina mehr hast. Ja. Oder auch keine Gelegenheit mehr, das zu regenerieren. Ja, irgendwann bist du dann dadurch, dass du kein Stamina mehr hast, so langsam, dass was auch immer dich erwischt, dich erst erwischt, bevor du irgendwas tun kannst. Und dann hast du wieder Stamina. Du musst hier an, an das Quellmaterial im Bloodborne zurückdenken. Wenn du kein Stamina hast, kannst du ja auch nicht ausweichen oder niemanden hauen, bevor er dich kriegt. Wir probieren das jetzt mal so aus, aber ich bin mir bei der Leseart unsicher. Also sollten wir irgendwie feststellen, dass das Blödsinn ist, dann müssen wir das nochmal überdenken. Ja, dann ändern wir es on the fly. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es intended. Vermutlich solltest du irgendwie betrachten, dass zwischen zehn wahrscheinlich Stamina zurückkommt. Ja, ich hab ja zum Glück erst ein Stamina ausgegeben. Also wir haben nur noch einen Hund vor uns. Das kriegen wir schon hin. Gut, dann sagen wir 1 bis 3 ist Magnus, 4 bis 6 ist Zensus und ihr könnt euch drum raufen, wer von euch beiden das würfelt. Ja, dann darf Zensus würfeln. Ah, zu spät. Es wäre sowieso beide. Ich hab leider zwei. Aber heute kommt wieder. Das ist in Ordnung. Du kannst nur Sinnvoll, du kannst ein Rechtsklick auf das Würfelhillsymbol machen, um wieder einen rauszunehmen. Gut, offenbar sind auch untote Hunde überzeugte Rudeltiere, denn sie fallen gemeinsam Magnus an. Und auch wenn das dem ersten Hund nicht gut bekommen ist, ist da immer noch der zweite, der sich in ihm verbeißen möchte. In seinem Waffenarm. Genau, ähm, ich würde gerne Resist. Und sinnvollerweise gebe ich natürlich zwei Stamina aus, um ein D6 zu würfeln. Ähm, ich weiß nicht, triggert hier auch meine Violent Pass, dass der Effekt höher ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich ja keinen Schaden mache. Es gibt keinen Effekt bei einem Widerstandswurf. Okay, gut. Wollte ich nur einmal geklärt haben. Dann zwei D6. Ich lasse trotz zwei Würfel. Die vier. Close. Die vier. Gut. Dann schauen wir kurz, was da steht. Ähm, du reduzierst den Effekt teilweise. Okay, dann machen wir es so, und zwar, du darfst es dir aussuchen. Und zwar entweder es gelingt dem Hund, sich zu verbeißen, und naja, er hängt dann halt an deinem Waffenarm. Für deine Nahkampfwaffe auf jeden Fall nichts zu erreichen, und er wird es vielleicht auch nicht mehr loslassen. Alternativ rutscht er ab, aber macht dir im Abrutschen noch Schaden. Ein Blatt. Ja, ist in Ordnung. Er darf sich natürlich verbeißen, weil ich ja auch Gefährten habe, die gerne den Hund behandeln dürfen. Immerhin bin ich jetzt wieder frei von, äh, habe ich jetzt wieder alle Stamina, ähm, und pick das schon hin. Er darf sich gerne in mir verbeißen. Gut, alles klar. Ich vertraue meinen Kameraden hier, das jetzt heimzubringen. Sag mal, machen die Geräusche lang, bellen die, oder sind die, weil sie untot sind, komplett stumm? Ähm, sie sind nicht stumm, sondern, äh, ihr hört so eine Art Röcheln. Also, es ist ein bisschen so, wie die Geräusche, die plattnasige Hunde machen, die ganz schlecht Luft bekommen. Nur, dass es bei diesen Exemplaren irgendwo aus der Kehle kommt. Also, die beiden Exemplare, die euch angefallen haben, äh, sind vollkommen stumm gewesen dabei. Aber, jetzt wo du's sagst, ähm, während der eine Hund sich in Magnus' Unterarm verbissen hat, könnt ihr anderen, die noch nicht direkt im Kampf geschehen sind, ähm, entdecken, dass weiter oben auf der Treppe zwei weitere von diesen Bestien aufgetaucht sind. Ach ja, und, äh, und noch ein bisschen mehr Beschreibung dazu. Einer von denen gibt tatsächlich auch laut. Also, es, äh, klingt nur so halb wie ein Bellen, aber, äh, er macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Also, hält einmal kurz auf dem Treppenabsatz inne, erfasst die Situation und wirft sich dann mit seinem Gefährten mit ins Getümmel. Die Viecher sind wirklich groß. Also, denkt an den irischen Wolfshund, äh, das ist ein richtiges Kalb. Sie sind dabei aber sehr, sehr dun. Also, äh, selbst als sie noch nicht untot waren, sahen sie vermutlich nicht sehr gesund aus. Und, äh, naja, über ihren Rücken ziehen sich noch Reste von graumstuppigem Fell. Und, ja, also von ihren Eingeweiden ist nicht mehr viel übrig. Auch an der Kehle hängen Hautlappen herunter. Und, puh, sie sprinten auf euch zu. Die von oben jetzt auch schon? Ja, aber die sind nur ein Stückchen weg. Kann ich, wenn die jetzt die Treppe runter sprinten, kann ich irgendwie auf den vorderen schießen, damit der, äh, damit der hinfällt und die sich beide ineinander verkneulen? Ähm, ich denke, es wäre ein Stump, oder? Also, wenn du michst, dass der Hund über seine eigenen Funden fällt. Ja, auf jeden Fall, ich denke, Bordic hatte halt, wie gesagt, zurückgestolpert irgendwie gegen die Wand gepreilt. Hat dann etwas erschrocken nach links und rechts geschaut. Ähm, ob sonst noch irgendwo Viecher sind. Und man merkt jetzt die beiden, die da oben an der Treppe stehen. Und, äh, hat jetzt endlich genug Geistesgegenwart gesammelt. Während, ja, der andere gerade noch, äh, vermutlich mittlerweile eher geräuschvoll an, nicht Harry, sondern... Magnus. Magnus, äh, Ärmelbaumelt. Und zieht jetzt die Pistole, legt auf ihn an und hoffentlich trifft er ihn. Ähm, ist das Wit? Wären es Reflexes Smarts? Ich wusste, dass es einen Grund gegeben hat, warum du drei Witz genommen hast, aber... Ne, tatsächlich habe ich erst drei Witz genommen und versuche jetzt zu schauen, was würde jemand mit drei Witz tun. Also, ich... Also, ich finde, es hat auf jeden Fall... Ich würde das Argument akzeptieren, dass es Prowess sein könnte, weil es ist ja irgendwie Fighting, aber ich würde ihn ja nicht wirklich bekämpfen, sondern... Ich denke, dass, äh, naja, den Hund überhaupt zu bemerken und so durchaus was mit Reflexen zu tun hat. Mhm. Also, es ist nicht Resolve und ich entscheide mich jetzt dafür, dass es Wit ist. Eins, zwei, drei. Und, ähm, muss ich dafür eine Kugel ausgeben? Ist das irgendwie ein Parry, oder? Ich interrupte es an der Exxon? Es ist dann. Ja. Es ist dann. Dann, äh, gebe ich vielleicht lieber drei Kugeln aus. Ne? Jetzt sind wir, jetzt sind wir aber wieder bei der Frage, würfeln wir das überhaupt auf Wit oder hängt es ausschließlich von den Kugeln ab? Dann auch hier finde ich nicht, dass das so eindeutig ist, oder? Ja, ich glaube, das hängt nur von den Kugeln ab. Ja. Jetzt wo ihr sagt, ja, ich denke auch, dass es nur ein Stun ist. Aber im Nachladen bist du ja gut, also kannst du auch Kugeln ausgeben. Ja, ich gebe, ich gebe drei Kugeln aus. Okay. Dann drei D6, bitte. Ne. Doch, da ist D6. Ja. Also ist das hier auf dem dritten Würfel. Also, ähm, Baudik zieht zwei Pistolen gleichzeitig und feuert, äh, auch im Grunde Baudik gleichzeitig ab. Äh, und dann hat er die dritte schon in der Hand, merkt, dass die immer noch am Laufen sind und nimmt sich dann einen Moment lang mehr zum Zielen und, äh, trifft dann auch den Vorderlaufenden irgendwie im, haben wir auch noch die Kniescheiben? Ja. Irgendwas, er trifft ihn irgendwo im Bewegungsapparat und die verkneulen sich beide hinterher und stürfen erst mal die Treppe hinunter. Das war die Hälfte meiner Munition. Das war die Hälfte meiner Munition.